hey ho liebe vorteil community heute ist sonntag und wir haben den 22 dezember das heißt natürlich auch das 22 türchen wird heute geöffnet und wir begeben uns mal ganz schnell in die oberste etage denn es sind ja nicht mehr viele türchen und da sind wir schon angekommen türchen 22 viel glück an alle und da gibt es noch mal 1500 die bugs ihr wisst ja schon wie es abläuft ihr werdet dann einfach wenn ihr gewonnen habt angeschrieben von mir und könnt euch was aus dem shop aussuchen im wert von 1500 die bugs ich schicke euch das dazu als geschenk ist nicht jetzt so dass ihr das sofort aus dem aktuellen shop nehmen müsst wichtig auf jeden fall dass ich euch in der freundschaftsliste habe und dann wenn euch was aus dem shop gefällt schreibt ihr mich einfach an privat auf instagram discord oder über youtube das ist eigentlich relativ egal dass ich bescheid weiß hey heute ist der der skin im shop kannst du ihn mir schicken und dann wird das auch so gemacht 1500 die bugs habt ihr zur verfügung und dann bekommt ihr das auch so türchen 22 das war's dann wir sehen uns morgen am 23 die letzten zwei türchen seid auf jeden fall gespannt macht euch noch einen schönen tag euer auch bitte ciao ciao